Tschüss! Flo, wie läuft denn so das Geschäft? Hervorragend. Hervorragend. Ja. Hast du eine neue Jacke gekauft? Ja. Sieht schön aus. Die war natürlich nicht ganz billig. Sieht man. Ich hab die komplette Honorar für eure Platte in diese neue Jacke investiert. Ja. Aber ich glaube das lohnt sich. Die ist schlecht. Schlicht und schlecht. Ja, ich mag es ja eher unauffällig. Was ist das? Nein. Was ist das? Nein. Okay. Oh ne. Jetzt kommt sie erst. Tschüss. Aufnen. Was ist das? Oh, Mann! Da war es. Das ist doch mal. Oh, Mann! Die ist so. Im Moment? Die ist so. Ja!